Gute Nacht! Oh, naja, aber ich bin trotzdem schneller als ihr. Kommt mit! Der Pokal, wo ist der? Seht mal, Ninja Lino Fußabdrücke. Also hat ihn Nachtninja gestohlen. Wir müssen ihn zurückholen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett! Ja! Greg wird zu. Geckos! Ja! Connor wird zu. Catboy! Die PJ Masks! Schaut, Ninjalinos. Aber warum trainieren sie? Ich wette, das hat was mit dem gestohlenen Pokal zu tun. Zum Katzenflitzer. Wir wissen, dass du den Super-Kid-Pokal geklaut hast, Nachtninja. Gib ihn zurück. Sofort! Na klar, Pyjama-Plagegeister. Aber vorher müsst ihr mit mir drei Wettläufe machen. Derjenige, der die meisten gewinnt, kriegt den Pokal. Und er wird mir gehören, denn ich bin der Beste. Niemals! Niemand kann mich besiegen. Ich bin Catboy, der schnellste Held in der Nacht. Dann willkommen zu meinem Super-Herausforderungs-Wettlauf. Wo ich, Nachtninja, beweisen werde, dass ich der größte Läufer bin, den die Nacht je gesehen hat. Luna Girl, was willst du hier? Nun, ich fand, ein unfairer Wettlauf verdient auch einen unfairen Schiedsrichter. Wie mich? Eine Schurke als Schiedsrichterin? Niemals! Sie lässt sich doch gewinnen. Oh, das stimmt. Macht mit, oder lasst es einfach sein. Wir sind dabei! Wir werden so klar vorne liegen, dass sogar Luna Girl zugeben muss, dass wir gewonnen haben. Hervorragend! Und hey, wo ist jetzt der Pokal? Ich würde ihn sehr gerne sehen. Ach, nicht jetzt. Aber du wirst ihn noch lange genug bestaunen können, sobald ich ihn gewonnen hab. Finde diesen Pokal, Motte. Ich wette, er glänzt und ist wunderschön. Und ich will alle glänzenden und wunderschönen Dinge haben. Im ersten Wettkampf trägt jeder Wettstreiter ein Ei bis zum Ende der Bahn. Auf einem Löffel! Hä? Möge der frechste Wettstreiter gewinnen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Ich komme! Vorsicht! In der Ruhe liegt die Kraft! Schon vergessen? Aber ich muss aufholen! Jetzt wird es Zeit, mal so richtig Gas zu geben. Super-Katzen-Tempo! Mach langsam, Catboy! Gut gemacht, Ninji! Oh, ich bin ein G-G-G-G-Gewinner! Man sollte mich Nachtgewinner nennen! Einen Rennen hab ich schon gewonnen! Und es fehlen nur noch zwei! Mag sein, dass wir dieses verloren haben, aber dafür gewinnen wir das nächste! Es ist Zeit für den Wettlauf Nummer zwei! Aber wie sollen wir rennen können, wenn wir aneinander gefesselt sind? Ich weiß es nicht! Mir kommt's einfach vor! Hey! Du schummelst! Hm... Das lass ich durchgehen! Was habt ihr erwartet? Ich bin eine Schurkin! Auf die Plätze! Fertig! Lauf! Habt ihr den Pokal gefunden? Dann sucht weiter! Ich will ihn! Catboy, sobald ich fliege, setzt du den Super-Katzensprung ein, damit wir beide Gekko hochheben können! Alles klar! Beeil dich! Auf drei! Eins... Zwei... Helen... Warte Catboy! Ich bin stark, aber ich bin noch kein Gummiband. Versuchen wir es noch mal, aber mit Ruhe. Okay. Wir müssen absolut im Gleichschritt laufen. Eins, zwei, 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 eins, zwei. Bis ihr Klebeklatscher abkriegt. So ein Schummelschurke. Keine Sorge, wir sind noch im Rennen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, 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 eins, zwei. Was? Ihr habt doch gesagt, wir haben Zeit für ein Päuschen. Du hattest recht. Wir werden gewinnen. Aber nur, wenn wir im letzten Abschnitt noch richtig Gas geben. Na los. Oh nein. Wow. Wow. Hey. Wir hätten fast verloren. Haben wir aber nicht. Wir haben gewonnen. Ja, schlechte Nachrichten, Ninji. Das ist alles eure Schuld, Ninjalinos. Wow. Okay. Ein Wettlauf hat Ninji gewonnen, einen die Pyjama-Plagegeister. Also, wer den letzten Wettlauf gewinnt, bekommt den Pokal. Wir dürfen nicht verlieren. Und da ihr nützlosen Motten den Pokal nicht gefunden habt, liegt es jetzt an mir. Ahem. Gute Neuigkeiten. Ich steig ins Rennen mit ein. Hey. Keine Sorge, Ninji. Ich sorge nur dafür, dass du gewinnst. Es sei denn, ich besiege ihn rein zufällig. Du hast nie gesagt, dass wir auch gegen Lunagirl antreten. Pech, Flatterfeder. Sie ist unsere Schiedsrichterin. Also macht sie auch die Regeln. Okay. Aus jedem Team muss ein Teilnehmer auf einem dieser Riesenbälle balancieren. Oh, ich. Ich. Niemand balanciert so gut wie eine Katze. Okay. Aber vergiss nicht. Bleib ruhig und gelassen. Auf die Plätze. Fertig und los. Bleib ganz ruhig, bitte. Dann gewinnen wir. Oh, oh. Um den Super-Kid-Pokal zu gewinnen, muss ich schneller werden. Super-Katzen-Tempo. Ha, 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 ha. Ich bin zu schnell. Ich kann nicht mehr ausweichen. Oh, schnappt ihn euch. Oh, schnappt ihn euch. Ha, 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 ha. Du hinterhältige Betrügerin. Ich sollte doch gewinnen. Ups. Meine Schnelligkeit hat mir nicht geholfen. Wenn wir den Pokal wiederhaben wollen, muss ich mit Ruhe und Geduld vorgehen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Hey, wir haben alle ein Rennen gewonnen. Es ist Gleichstand. Wir brauchen eine letzte, unglaubliche Herausforderung. Und wer die gewinnt, bekommt den Pokal. Okay. Wir laufen von hier bis zum Sportplatz auf diesen Riesenbällen. Und was soll daran so unglaublich sein? Ja, das haben wir schon getan. Aber habt ihr dabei auch ein riesiges Ei auf einem Löffel getragen? Ist ja babyleicht. Okay. Aber mit Ninja Linus auf unseren Köpfen. Das wird einfach. Der Katzenklo-Bubi wird wieder versagen. Und ich gewinne. Niemals. Ich gewinne. Ich weiß. Mit Ruhe und Geduld. Mit Ruhe und Geduld. Mit Ruhe und Geduld. Gib Gas. Oder du verlierst Schleicher. Hey. Wow. Ah. Ah. Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Du bist die Schummlerin. Du bist die Schummlerin. Ja. Aha. Danke, Ninja Linus. Diesen Pokal haben wir wieder zurück. PJ Masts ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Hanna ist der Gewinner des Super-Kid-Pokals. Hanna. 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 Zeitlupen-Gecko. Oh, Greg. Die Glocke hat geläutet. Seht mal, was ich tolles mit dem Ball mache. Hey, Ball, komm zurück. Greg, der Lehrer wird jeden Moment hier sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Schaut's. Bilde ich mir das nur ein oder läuft er wirklich sehr langsam? Ja, super langsam. Es wird schon dunkel sein, bis er hier ist. Seht, er ist nicht der Einzige, der sich in Zeitlupe bewegt. Was ist hier los? Heute Nacht finden wir's raus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulett. Ja. Greg wird zu... Deko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Die Stadt wirkt sehr ruhig. Zu ruhig. Schaut mal! Romeo, was führt der in Schilde? Was es auch ist, will er es ihm nicht durchgehen. Zum Dekomobil. Das ist der Platz. Hat jemand Romeo gesehen? Muah! Hahaha! Hey, Kätzchen! Nicht so schnell! Geschnallt! Leider nicht. Ach, dann seh zu. Oh nein, was tut er dieser armen Katze an? Puh, der Katze geht's gut. Sie bewegt sich nur in Zeitlupe. So wie der Lehrer und der Schmetterling heute früh. Romeo benutzt diese Uhr am Labor, um alles langsamer zu machen. Nicht mehr lange. Gecko, du schleichst dich von hinten an und zerstörst diese Uhr. Eulett und ich lenken ihn ab. Alles klar. Super, Gecko-Tarnung. Warum machst du alles langsamer, Romeo? Die PJ Masks. Das wurde aber auch Zeit. Geschnallt? Zeit. Ich bin heute in Bestford. Das sind sie in der Tat, Meister. Ach ja, findest du? Ich mache nämlich alles langsamer, weil dann alle zu langsam sind, um mich daran zu hindern, die Welt zu erobern. Und sobald ich meine Uhr im Stadtzentrum abgestellt habe, wird die Explosionswelle jeden treffen und dann sind alle für immer langsam. Cool. Ich bin ein Genie. Hab ich euch doch gesagt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, das glaub ich nicht, Romeo. Gecko, jetzt! Wo ist er? Jetzt! Jetzt! Gecko! Ich hab mir die Katze angesehen. Die ist echt cool. Netter Versuch, Schnarchnasen. Ups. Er ist entkommen. Was ist passiert, Gecko? Ich hab mir die Katze angesehen. Die ist wirklich cool. Aber Gecko, Romeo ist entkommen. Du musst dich konzentrieren. Macht euch keine Sorgen. Ich hab einen Plan, wie wir ihn aufhalten können. Mit dem Gecko-Mobil haben wir die Möglichkeit, direkt zu Romyos Labor zu fahren, ohne dass er uns sehen kann. Schaut, da ist das Labor. Gecko-Mobil-Tarnung. Hörst du auch was? Negativ. Sicher wieder diese PJ Masks. Oh nein, ein Vogel. Huschvogel, flieg weg. Na los, los! So was sieht man nicht alle Tage. Moment! Das sind die PJ Masks! Jetzt hab ich sie endlich! Er kann uns sehen. Gib Gas, Gecko! Seht mal den Vogel. Schliegt er oder sitzt er? Wer weiß. Vergiss den Vogel! Schau! Oh nein! Ich wünsch euch mehr Glück beim nächsten Mal! Wenn Romeo das Stadtzentrum erreicht, macht er die ganze Stadt super langsam. Ihm nach, Gecko! Das klappt nicht. Das Gecko-Mobil fährt nur noch an Zeitlupe. Dann müssen wir Romeo wohl zu Fuß verfolgen. Kommt mit! Müssen wir nicht ins Stadtzentrum fahren? Oh, zu die Eile! Wir haben doch genug Zeit! Geschnallt! Äh, er gönnt sich eine kleine Pause. Okay, das ist der Plan. Wenn wir uns aufteilen, kann er uns nicht alle langsamer machen. Eulette und ich greifen Romeo direkt an. Und du, Gecko, versteckst dich, bis ich dir das Signal gebe. Alles klar. Diesmal lass ich mich nicht ablenken. Okay, maximales Tempo! Und jetzt schau zu, Roboter! Nichts ist zu schnell für Romeo. Ein Frisbee in Zeitlupe? Das ist dir abgefahren! Du schon wieder? Gecko, Vorsicht! Lauf! Ups! Nicht schnell genug, Gecko! Ich muss lernen, mich nicht zu ablenken zu lassen. Bis dann, PJ Masks! Ich bin unterwegs ins Stadtzentrum. Glaubt mir, das wird der Kracher! Alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Ich bin nur super langsam. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht so leicht hätte ablenken lassen, hätten wir Romeo schon längst gefangen. Macht lieber ohne mich weiter. Niemals, Gecko. Wir sind ein Team. Du hast recht, Catboy. Ich bin langsam, aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mithelfen. Dann mal los! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Äh, Leute! Jemand von euch muss mich tragen, bitte! Eulett, du lenkst Romeo ab und ich kümmere mich mit meiner Super-Gecko-Stärke um diese Uhr. Catboy, wenn es Eulett erwischt, dann liegt es an dir, Romeo abzulenken. Na gut, aber du bewegst dich immer noch in Zeitlupe. Wie willst du da die Uhr erreichen? Keine Sorge, diesmal lasse ich mich durch nichts ablenken. Du schon wieder? Zeit, dich ein bisschen langsamer zu machen. Piep, Mats! Das werden wir noch sehen, Romeo. Ja! Keine Ablenkungen diesmal! Ihr habt mich fast erwischt, Meister. Hör auf zu jammern und hilf mir, sie einzufangen! Nur ein bisschen schneller! Mich kriegst du nicht, Roboter! Flatterne Federn! Er hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo! Super Katzentempo! Hör auf, mich abzulenken! Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab! Super Katzen-Sprung! Wow! Ihr kommt zu spät, PJ Masks? Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt! Oh nein! Leute, das nenne ich eine Party! Das wird der Kracher. Super-Gecko-Muskel. Was? Yay. Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich hab mich nicht ablenken lassen. Und war rechtzeitig hier oben. Oh-oh. Ja. Ja, Schluss mit langsam. Seht her. Tanzen, Go-Go, den Gecko-Go. Los, Gecko. Ich hasse diesen Go-Go, Gecko, ihr verflixten PJ Masks. Meine Zeit wird kommen. Meine Zeit wird kommen. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist es jetzt mit der Gefahr. Hallo, Greg. Hallo, Leute. Du hast den Ball mitgebracht. Zeigst du uns den Trick? Na, Logo. Aber erst später. Jetzt ist Zeit für Unterricht. Du hast recht. Sehr gut, dass du dich nicht ablenken lässt. Danke. Super langsamer Abklatscher. Ja. Riesengecko. Bitte komm, Greg. Hier ist Connor. Ende. Äh, wo ist nun mein Walkie-Talkie hin? Hm. Ja. Oh, eklig. Bitte komm, Greg. Hm. Oh, da ist es ja. Danke, Lionel. Hey, Connor. Oh, warte. Ich meine, hab verstanden. Over. Hey, Greg. Was machst du gerade? Zimmer aufräumen. Hier ist ein Riesenchaos. Und meine Mutter lässt mich morgen erst auf die Parade, wenn ich aufgeräumt habe. Die Parade wird der Hammer. Du freust dich sicher schon auf den Eidechsenwagen. Ja, den mag ich am liebsten. Dann räum jetzt lieber mal auf. Ich fahr mit Amaya ins Hauptquartier. Falls Nachtschurken versuchen, uns die Parade zu vermiesen. Ihr fahrt ins Hauptquartier ohne mich? Niemals. Was wird aus deinem Zimmer? Keine Sorge. Das Chaos räum ich nachher auf. Und ich brauch noch meine Kamera für die Parade. Sie muss im Hauptquartier liegen. Ich kann sie hier nirgendwo finden. Okay. PJ Mast, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett. Ja. Greg wird zu. Gekko. Gekko. Ja. Connor wird zu. Catboy. Die PJs. Kaputen. Gekko. Hier herrscht genauso ein Chaos wie in deinem Zimmer. Du hast uns doch versprochen, hier aufzuräumen. Richtig. Das wollte ich auch noch machen. Später. Hier ist Romyos Schnifopaff. Und hier sein Verkleinerer. Du solltest sie doch an einen sicheren Ort bringen. Ja, ich weiß. Aber... Ist schon gut. Wir passen auf die Parade auf, während du hier aufräumst. Und spiel bloß nicht mit Romyos Apparaten herum. Alles klar. Aber es ist doch beim Spielen, wenn ich den Verkleinerer benutze, um aufzuräumen. Ich bin Romy und sobald ich mein Zimmer aufgeräumt habe, übernehme ich die Weltherrschrift. Ha 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 ha. Hm. Ich frag mich, wozu dieser Knopf hier ist. Au. Schlüternde Schlange. Der ist ja auch zum Supervergrößern. Abgefahren. Hallo, Leute. Hä? Ah! Gekko! Wer hat dir das angetan? Es könnte vielleicht sein, dass mich Romyos Verkleinerer erwischt hat. Aber umgekehrt. Jetzt bin ich groß. Keine Sorge. Wir kriegen dich schon wieder auf Normalgröße. Nein, es ist echt cool, ein Riesengecko zu sein. Ich zeig's jedem, der unserer Parade sternen will. Ich bin riesig. Oh oh. Ärger auf dem Paradenplatz. Luna Girl. Zum Katzenflitzer. Ein Schritt für Gekko. Ein Riesensprung für den supergroßen Gekko-Zarus. Yeah! Yeah! Diese Parade wird mir gehören, Motten. Wir klauen diese Festwagen und machen mich zur Paradenkönigin. Und jetzt bejubelt meine Mondschönheit. Yeah! Flatternde Federn. Was ist da los? Ich bringe euch super schnell zum Paradenplatz. Ah! Was? Ah! Ah! Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer. Ah! Was ist das? Der Riesengecko, der dich daran hindert, die Festwagen zu klauen. Vor allem den mit der Echse. Das ist mein Liebster. Niemals. Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf. Schnappt ihn als Motten. Bum! Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen. Komm her, Mondbord. Motten, holt die anderen Festwagen und folgt mir. Macht schon. Hebt sie hoch. Strengt eure Fühler mehr an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufheckt und gesehen wird. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Warte, ich auch. Und meiner ist groß. Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste. Wenn ich sie nur ein bisschen größer mache, passen Luna-Goll und die Motten perfekt da rein. Ah! Oh nein! Oh ja! Schnell, Gecko, schrumpf sie! Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen. Oh! 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 Vorsicht! Oh! Der große PJ Mask hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Moment! Wer braucht schon ein Mondbord, wenn er eine Supermotte hat? Dieser Supervergrößerer gehört mir! Nur mir! So, und jetzt kriege ich alle Festwagen. Ich brauche nur noch mehr Riesenmotten. Und noch eine Kleinigkeit. Und noch eine Kleinigkeit. Man sieht sich, Eidechsen-Echsli. Oh, jetzt bist du nur noch ein glitzekleines Ächsen. Was machen wir denn jetzt? Holt euch den Vergrößerer und macht mich wieder groß. Nein, Gecko. Zuerst müssen wir das Chaos beseitigen, das du angerichtet hast. Na gut. Na gut. Eulett, lass dich von den Motten jagen, bis wir den Supervergrößerer wiederhaben. Fliegt dann mit ihnen an Gecko vorbei, dann schrumpft er sie. Das macht ihr gut, ihr Riesenmotten. Hey Motten, ich wette, ihr fangt mich nicht. Was? Nein! Komm zurück! Super Katzentempo! Der nehm ich. Danke. Und vergiss nicht, Gecko, wenn Eulett mit den Motten vorbeigeflogen kommt, schrumpfst du sie. Alles klar, Catboy. Cool. Ich seh mal nach Luna Girl. Hey, mir ist gerade eingefallen, wie wir Catboys-Planen auch besser machen. Hä? Nicht schon wieder. Ja! Gecko, nein, Gecko! Gecko! Alles in Ordnung, Gecko? Ja. Hahaha! Ich hab gewonnen, ihr Pyjama-Plagegeister! Jetzt gehört die Parade mir, nur mir! Wir müssen die Motten schrumpfen, das ist unsere einzige Chance. Aber ich hab den Supervergrößerer wieder verloren. Da ist er! Und was machen wir jetzt? Das ist alles meine Schuld. Tut mir leid, dass ich mein Chaos nicht aufgeräumt hab. Hm. Ich hab's! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Krach! 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 Sei vorsichtig, Gecko! Tu ja nichts, was sie aufregen könnte. Oh, aber genau das habe ich vor zu tun. Komm her, Vögelchen, mein kleines Vögelchen! Ja! Krach! 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 Catboy, wir müssen Luna Girl einholen. Gut gemacht, Gecko! Oh, oh! Hier hätt ich auch aufräumen sollen. Super, Gecko-Muskel! Äh! Hä? Oh, du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen! Hä? Catboy und Eulette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Ah! 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 Catboy! Super-Eulen-Flügel! Nein, 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 nein! Oh! Ja, wir haben sie alle geschrumpft. Ah, ich kriege zwar nicht alle Festwagen, aber deinen Lieblings-Festwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondbots! Jetzt haben wir dich, Luna Girl! Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft. Ha, 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 ha! Ah, verschwinde, du riesiger Trudag! Hm? Super, Gecko-Muskel! Ah! Ha! Gut gemacht, Gecko! Aber, äh, wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Wihihi! Okay, kein super Vergrößerer mehr. Ich bring ihn ins Hauptquartier zurück und beseitige dort meine Ohrenordnung. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Oh, hier sieht's ja toll aus, Greg. Hat ewig gedauert. Aber jetzt ist alles aufgeräumt und ich bin bereit für die Parade. Oh, oh. In Deckung! Oh, Leonel hat meine Kamera gefunden. Catboy mal vier. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich geb sie an Catboy weiter und... Oh, ich hab eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super-Katzen-Tempo! Was? Oh, oh. Catboy! Na, gefällt's dir da oben, Mietzekatze? Lass ihn runter, Roboter! Super-Gecko-Muskel! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lasst uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Wie wär's mit einem Super-Katzen-Sprung? Oh! Oh! Super-Gecko-Tarnung! Wow! Geh sie mir zurück! Warte, was machst du da? Äh! Lass das! Oh! Super-Gecko-Masken! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboter-Freund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball... Ah! Oder noch besser, wir spielen Fußball! Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie? Die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulett! Ja! Ja! Greg wird zu! Gekos! Ja! Connor wird zu! Catboy! Die PJ Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo! Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier! Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich. Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, hab ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es! Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigster Roboter? Gar keiner, Gekko! Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen! Ich hab eine Idee! Ich flieg runter und nehm sie Romeo weg! Dann geb ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gekko! Ich zieh das blinkende Ding raus und schalt es aus! Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel! Der Katzenbrüller! Der macht jede Elektronik kaputt! Warte! Zeit für noch mehr Roboter! Und dann waren es wir! Katzenbrüller! Wow! Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern! Roboter-Armee? Ganz recht! Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage! Und wenn wir uns weigern, dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht! Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt! Okay, zurück zu unserem Plan! Achtung! Fellbälle! Na gut! Dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch! Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super-Eulen-Augen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du glattander Trottel! Der Fellballknopf klemmt! Er feuert weiter! Ah! Hm? Ah! 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 Alles gut, nichts passiert! Ja, mir geht's auch gut! Bei meinen Katzenschnurrhaun! Headboy! Du wurdest vervielfältigt! Ich weiß! Ich weiß es auch! Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso! Die Roboter! Schaut! Roboter! Holt euch jetzt diese Maschine! Sie soll euch vervielfachen! Nicht die PJ Masks! Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das Ding für den Ding aus! Ich kann nicht! Es sind zu viele Roboter! Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! Ja! Ringelndes Reptier! Jetzt sind das vier? Kommt schon, Catboys! Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon! Wir werden diese Roboter rollen! Wihihi! Wuhuuu! Nein! Ja! Das war's, Roboter! Nicht so schnell! Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne! Was macht ihr da? Ihr müsst ihn wegrollen lassen! Ich habe eine bessere Idee! Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird! Ich scherke ihn hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat! Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann! Das ist ein super Training! Tschüss! Wow! Vorsicht! Roboter! Werft diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen! Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch! Ich habe noch eine Idee! Und mit diesen Catboys kann ich zählen! Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen! Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Hä? Das erkläre ich später! Schnell! Nein! Oh! Oh! Nein! Ihr Pyjama-Plage-Geister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboter-Falle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen! Ich baue ein Roboter-Katapult! Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern! Wartet! Stopp! Wir brauchen diese Baumstämme! Ich brauche sie! Stopp! Haltet euch an den Plan! Bitte! Ziehen wir meinen Plan durch! Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht! Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch! Genau wie du! Ich kann das noch hinkriegen! Ich hole die Maschine! Keine Sorge! Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger! Ich komme! Roboter! Schnapp die Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört! Hey! Und du meinen! Passt auf! Ist das schwer! Eine Catboy-Kopie, Meister! Eine Catboy-Kopie, Meister! Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team! Schon vergessen? Tut mir leid, ich hab's vergessen! Und meine Kopien erst recht! Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Katzen-Tempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen! Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich hab eine tolle Idee! Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen! Lasst die Catboys los und schnappt sie euch! Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen! Hallo! Hallo! Au, 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 au! Ja! Hier kommt der Rest! Alle auf eure Position! Kommt schon, Roboter! Was wird ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Roboter hassen Wasser! Und jetzt der letzte! Super Katzen-Tempo! Schnappt ihr die Katze, Roboter! Nein! Nein! Ah! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft! Jetzt streng deine Gekko-Muskeln an! Aber wenn ich das klingende Ding rausziehe, verschwindet ihr! Wir verschwinden nicht! Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy! Das nenne ich ein Team! Tu es, Gekko! Super-Gekko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister! Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Alles ist wieder ganz normal! Und du bist auch wieder normal, Connor! Total! Und? Was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball! Ich liebe Fußball! Lasst uns das spielen! Äh, wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Eulett und der verschwundene Zug Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat! Den fliegenden Achterbahnzug! Ich hab gestern die Testfahrt gesehen! Der war so schnell! Das wird sich wie Fliegen anfühlen! Weißt du was? Ich steh auf schnell! Zoom! Zoom! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren! Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist! Na los, wir müssen sie auch testen! Hey! Was? Wir waren zuerst hier! Stell dich hinten an! Ähm, Amaya? Meine Damen und Herren! Liebe Kinder! Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt... ...verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein! Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut! Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis! Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen! Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden! Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Ja! Greg wird zu! Gekko! Ja! Connor wird zu! Catboy! Amaya wird zu! Eulett! Die PJ Masks! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte, Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen! In Ordnung, guter Punkt! Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs! Schon gut! Dann zum... Kassenflitzer! Ich weiß! Dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann! Kommt schon, Jungs! Lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts! Warte, Eulett! Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja! Und los, na los! Wow! War das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gekko! Ist hier wie wild rumgesaust! Vielleicht ist es... Vergesst, Romeo! Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren! Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt! Los, los, los! Äh, okay! Hey! Hm, keine Spuren mehr! Und wie finden wir jetzt den Zug? Eulenaugen! Ich sehe etwas weiter da vorne! Etwas Schnelles! Da ist er! Der Zug! Siehst du, ich sagte dir erst schnell... Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt! Romeo? Na hallo! Die Pyjama-Hellen! Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren! Das war nicht ich! Niemand fährt mein Labor! Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht! Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen! Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach! Dank meiner Erfindung! Dem Turboschienenleger! Der legt Schienen überall hin! Wow! Der ist voll cool! Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt! Aber Romeo! Du brauchst diesen Zug nicht! Wir können dein Labor für dich einfahren! Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor hab? Auf keinen Fall! Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schurke der Welt! Hä? Aha! Hab ich dich gefunden, Labor! Ha! Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Ha! Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen! Sonst macht er den Zug noch gefährlicher! Alles klar, Eulette! Romeo, wir kommen! Autopilot Ist ja Wahnsinn Und wow, der Zug ist wirklich cool Ha, ich hab dich fast schon erreicht Du ungezogenes Labor Ha, diese Pyjama-Helden Können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste Los geht's, Pyjama-Helden Lasst uns Romeo aufhalten Super Eulenflügel Eulett Wow, ich war fast schon Vogelfutter Danke, Catboy Nur keine Eile, wir werden es schaffen Hey, schleichen wir uns langsam an ihn ran So ganz, ganz, ganz sachte Warum sachte? Lasst uns einfach los Wow Eulett Alles okay Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich geh lieber auf Nummer sicher Entschuldigt, Jung Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir auf seinem Dach sind Schon okay Neue Idee Wir jagen Romeo gleichzeitig Er kann uns nicht alle drei aufhalten Okay, auf drei Wir springen und rennen Eins, zwei Komm schon, Eulett Nein, warte Wow Oh, warum, 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 warum hab ich nicht auf Catboy und Gekko gehört? Romeo hat fast ein Labor erreicht Alles nur, weil ich so in Eile war Eulett Geht's dir gut? Ja Tut mir leid Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt Und es hat nicht funktioniert Schon gut Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren Jetzt ist erstmal der Roboterarm dran Super-Gekko-Muskel Dafür hab ich jetzt einen Plan Und damit er klappt, werde ich diesmal warten Höchste Zeit, ein Held zu sein Ja Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden Aber nicht mehr lange Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer Und wir werden es gemeinsam tun Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste Gekko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers Verstanden, Eulett Dann bin ich an der Reihe Ich fliege mit den Ästen zu dir Und du blockierst damit den Turboschienenleger, sodass der Zug anhält Ohne Schienen kann der Zug Romeo's Labor niemals einholen Toller Plan, Eulett Ich glaube, das klappt Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt Los, PJ Mas Hups Nicht vergessen, Eulett Keine Eile Du bist dran, Catboy Ich werde, ihr wisst schon, warten Okay, mein Turboschienenleger Mehr Schienen, mehr Schienen Super Katzensprung Okay, jetzt bin ich an der Reihe Locker und lässig Das war gut, Eulett Was? Hör auf, du Plagegeist Zu spät, Romeo Gekko, los, blockier den Turboschienenleger Nein Super eiligen Griff Haltet euch alle an mir fest Ich schaff das Super Gekko-Munke Siehst du, Romeo, wir konnten eben doch dein Labor stoppen Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja Ich hab vielleicht meinen Zug verloren Aber dich hab ich noch mein geliebtes Labor Und jetzt bringen wir den Zug zurück Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen Nächstes Mal besiege ich euch Pyjama-Helden Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt Mach dir keinen Kopf, Gekko Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet PJ Masks ruft laut Hurra Vorbei ist jetzt mit der Gefahr Ja, los geht's Es ist gleich soweit Ich war zwar schon mal auf dem Zug Aber dieses Mal wird's bestimmt noch toll Ja Ja Hey Leute, ihr dürft zuerst Echt jetzt? Danke, Amaya Ich warte gern Viel Spaß dabei Es geht ziemlich schnell Danke, Amaya 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 Untertitelung des ZDF, 2020